Musik Guten Tag, mein Name ist Pater Albert von der Wallfahrtskirche in Klaus und ich begrüße Sie zu meinem täglichen Impuls. Rosenmontag, ein Rosenmontag, der ganz anders verläuft wie normal, also würden die Zeiten normal sein, dann wäre ich heute nicht in Klaus und ich würde mich vielleicht vom Zugweg bei Ihnen melden, Zugweg, den großen Rosenmontagszug in Köln. Rosenmontag ist dieses Jahr nicht aus den bekannten Gründen und so ist dieser Rosenmontag ein sehr ruhiger Rosenmontag hier. Dazu kam heute Morgen noch, dass wir hier im Haus Heizungsprobleme hatten, dass das Haus in dieser Kälte seit gestern Abend nicht mehr beheizt werden konnte, dass das Fahrhaus hier richtig kalt war und wie ich gehört habe, ist das nicht etwas, was nur uns betroffen hat, sondern viele andere auch. Von daher war es heute Morgen hier nicht nur still, sondern auch sehr kalt. So, das Ganze hat mich dazu veranlasst, Sie einzuladen zu einer Rosenmontags-Meditation mit Trinchen. Sie liegt hier auf dem Aquarium, sie wärmt sich und ja, in der Betrachtung von Trinchen kommen uns vielleicht ganz andere Rosenmontagsgedanken. Da liegt unser Trinchen ruhig und still, kein Rosenmontags-Lärm erschreckt sie heute. Ganz ruhig und still liegt sie da und verschläft den Tag. Ruhig und still, wie schön, gelassen und entspannt, gechillt, würden junge Menschen heute sagen, unaufgeregt und einfach so daliegend. Vielleicht ist das eine Haltung, die auch uns an diesem Tag erfüllen kann. Mal kein Tamtam, kein Helau oder Alaaf, keine Kamelle, kein Bützje, keine Strüche oder was wir auch immer mit diesem Tag verbinden. Stattdessen Ruhe und Entspannung, entspannen wir uns, seien wir gelassen und stärken wir uns für das, was noch kommen mag. Ja, Rosenmontags-Gedanken der anderen Art. Wie immer lade ich sie ein, mit mir am Ende das Vaterunser zu beten. Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne euch der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.